Bevor das lustige Video startet, vielleicht nochmal ein paar ernste Worte, die ich an euch richten möchte. Es geht um einen sehr, sehr treuen Follower von mir, der jedes Video schaut, jedes Video kommentiert, mich teilweise danach auch anschreibt, der Ludwig. Und der Ludwig, der hat es im Moment echt nicht leicht. Er wurde jetzt schon zum vermehrten Male dieses Jahr vom Schicksal hart getroffen. Und da tut er mir wirklich leid. Angefangen hat es damit, dass seine Mutter mit Krebs diagnostiziert wurde. Glücklicherweise hat sie den Krebs besiegt. Nichtsdestotrotz ist nur wenige Monate später sein Vater sehr plötzlich verstorben. Und ich meine, der Junge ist elf. Was er und seine Familie gerade durchmachen, das will sich keiner vorstellen. Und als wenn das noch nicht genug wäre, er nur kurze Zeit später wirklich nach einem Lagerfeuer fängt, bei dem die Schuppen, die Scheune anzubrennen. Er hat mich wirklich auch die ganze Zeit auf dem Laufenden gehalten. Er hat mich privat angeschrieben, als sein Vater im Krankenhaus lag. Ich war am nächsten Tag informiert darüber, dass die Scheune von denen abgebrannt ist. Und als er mir das geschrieben hat, standen mir selber die Tränen in den Augen. Und ich habe nur gedacht, wie kann ich irgendwie helfen? Man will irgendwie helfen, aber man weiß nicht wie. Vielleicht kann ich ja meine Reichweite ein bisschen nutzen und einfach mal eine kleine Spendenaktion ins Leben rufen. Ich habe keine Ahnung, wie er so angenommen wird, aber ich hätte echt Lust, dass wir alle mal zusammenlegen. Es gibt ja diesen Paypal-Link, den ich unter meiner Beschreibung habe. Da könnt ihr draufklicken, einfach mal mit dem Kennwort Ludwig. Ein paar Euro, lass es ein, zwei Euro sein, aber ein bisschen so etwas zusammenlegen, dass wir dem Ludwig vielleicht mal eine Freude machen können. Ich meine, kein Geld der Welt kann einen verlorenen Vater wieder herzaubern. Aber ihm einfach zu zeigen, dass das Schicksal es vielleicht auch mal gut meint mit ihm, würde mich freuen und würde Ludwig sicherlich auch freuen. Also jetzt viel Spaß beim Video. Und jetzt viel Spaß beim Video. Und mit diesen Bildern vom vergangenen Donnerstag beginnen wir den heutigen Vlog. Ein etwas anderer Vlog, weil es wird ein Q&A. Ich habe das letztens mal auf Instagram angekündigt, dass ich mal ein paar Fragen beantworte. Heute ist es soweit, fangen wir mal vorne an. Also, die 19R-König fragt, wann geht es nach Zürich? Ja, hoffentlich sehr bald. Also, ich habe ja mehrere Touren, mehrere Roadtrips auf jeden Fall noch vor mir und da sind auch ein paar Städte dabei. Ich habe Düsseldorf auf jeden Fall auf dem Plan. Wahrscheinlich wird Berlin auch irgendwann nochmal stattfinden. Aber ganz oben auf der Liste steht im Moment Zürich und ich hoffe, dass es auch dieses Jahr noch klappt. Vor Monaco wird es nicht mehr. Das sind jetzt ab heute, ab Drehtag, zwei Wochen. Aber dann irgendwann nach Monaco mal ein freies Wochenende und dann geht es ab nach Zürich. Da freue ich mich sehr drauf. Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Was ist dein Ziel auf YouTube? Frag die Jarno.be Mein Ziel ist eigentlich Spaß. Also, es geht mir jetzt nicht darum, dass ich eine bestimmte Anzahl von Abonnenten erreichen möchte. Aber klar, je mehr Leute mich schauen, desto mehr motiviert mich das natürlich, Dinge zu starten und Videos zu machen. Immer wieder lese ich den Kommentar. Mein Gott, du hast viel mehr Abonnenten verdient. Tja, so ist das halt. Das Leben ist hart und die Abonnenten kommen nicht von alleine. Das ist halt für mich auch gerade schwer, weil ich sehr lange Videos mache. Damit neue Zuschauer anzusprechen. Aber ich mache das für die treue Zuschauerschaft, die ich schon habe, die meine Vlogs feiern. Für die mache ich das sehr gerne und habe da einfach mega Spaß dabei. Seltenstes Auto, das du verpasst hast? Schwierige Frage. Fragt Classic Supercars RP. Eins fällt mir sofort ein und zwar ein Auto, was ich schon fünfmal verpasst habe in München. Also fünf verschiedene Ferrari Enzos habe ich hier schon verpasst, weil ich da gerade nicht in München war, weil ich zu spät war, weil ich was vorhatte. Keine Ahnung. Mir ist es einfach nicht gegönnt, in München Enzos zu sehen. Außerdem fragt er, wie findest du die Citroën DS und ich weiß, dass er ein sehr großer Citroën DS Fan ist. Ich spotte jede Citroën DS, auch wenn die gar nicht mal so teuer sind, aber sehr cooles Auto. Vor allem war sie damals auch, die DS war zum Beispiel das erste Auto mit einem Kurvenlicht. Durch das Drehen des Lenkrads gab es ein Seilzug in dem Auto und dadurch schwenkte das Licht mit. Also dieses Auto ist voller Technik, die es damals noch nicht gab. Dazu natürlich die hydropneumatische Federung, für die es jeder kennt. Aber ich habe mal zu mir gesagt, vor ein paar Jahren, wenn ich in der Zeit gelebt hätte, ich glaube, ich hätte einen DS gefahren. Welches Modell ist dein Lieblings McLaren? Schwierige Frage. Als der Senna rauskam, fand ich ihn erstmal nicht wirklich hübsch. Er wirkt halt sehr funktional und man sieht dem Auto an, was es kann. Heutzutage würde ich vielleicht sogar sagen, der Senna ist auch mein Lieblings McLaren geworden. Nichtsdestotrotz finde ich auch den 600LT sehr geil und auch den P1. Und ja gut, wenn wir in die Vergangenheit gehen, F1 GT, nichts geht über diesen grünen F1 GT. Welcher Tätigkeit gehst du nach, um dein täglich Brot zu verdienen? Im Vlog ist es vielleicht schon ein oder andere Mal vorgekommen, dass ich bei Motor Vision TV arbeite, als Redakteur slash Moderator, wie man so will, und ja, damit mein Brot verdiene. Wie kamst du zum K-Spotten? fragt Matteo07Cars. Als ich vor fünf Jahren eben für Motor Vision nach München gezogen bin, bin ich mal durch die Stadt gelaufen. Oh, da kommt gerade ein M4 CS. Wo war ich? Okay, ich bin vor fünf Jahren nach München gezogen, um hier zu arbeiten und bin dann einfach mal so ein, zwei Mal durch die Maximilianstraße gegangen. Und mir ist halt aufgefahren, dass in dieser Straße einfach immer coole Autos stehen. Und dann war es auch so, dass beim dritten Mal stand in der Maximilianstraße neben der Mansory Mercedes 6x6. Ein Ferrari F50. Und das war so der Moment, wo ich gedacht habe, yo, das machst du jetzt öfter. Und deine Highlights lädst du dann irgendwie mal auf Instagram hoch. Ist ein neues Auto geplant? Als Petrol Head planst du immer mit einem neuen Auto. Also im Moment sind es mehrere Autos. Das war wieder der CS. Schon seit Längerem plane ich mir irgendwie einen Hyundai i30 N zuzulegen. Im Moment ist er mir eigentlich noch ein bisschen zu teuer, aber wenn ein gutes Angebot kommt, vielleicht werde ich dann irgendwann schwach. Ansonsten hätte ich mal Bock auf so einen Youngtimer. Da würde ich von einem Mercedes SL R129 träumen, wenn ich sage, wo das Auto. Ja, und wenn der Skoda Ria mal nicht mehr ist, ein Kombi will ich eigentlich auch immer behalten. Da wäre dann halt ein Nachfolger, ein neuer Octavia dran oder vielleicht ein Superb. Passt eigentlich zusammen mit der Frage von Pyro Lifestyle. Wann kommt dein Supercar? Das kann auch dauern. Ich glaube, mit dem, was ich mache, werde ich so schnell nicht reich. Aber es ist okay. Ich habe einen Job, der mir Spaß macht. Er fragt übrigens auch, kann ich dein Video beginnen? Nein. Ist das, was du jetzt machst bei Motor Vision, dein Traumberuf? Mein Traumberuf war eigentlich immer Schauspieler. Aber an sich ist das schon sehr nah dran, ja. Autos fahren, darüber was zu erzählen, macht schon Spaß. Wie lange hast du deinen Octavia und bist du zufrieden? Ja, im Prinzip schon sehr. Also es ist eine zuverlässige VW-Technik, da kann man irgendwie nichts gegen sagen. Aber es ist nicht so Mainstream wie ein VW. VW, da kriege ich wieder einen bösen Kommentar von Tobi Kressmann. Und was jetzt Reparaturen angeht, die ersten zwei Jahre hat er mich eigentlich komplett in Ruhe gelassen. Und jetzt kamen so nach und nach ein paar Reparaturen, die mal gemacht werden mussten. Aber hält sich eigentlich alles noch im Rahmen. Ist jetzt übrigens bei knapp 130.000 Kilometer, glaube ich. Ich habe ihn mit 94 gekauft. Dreamcar. Ja, aufmerksame Vlog-Zuschauer wissen das. Das ist bei mir der Aston Martin DB1. Das ist einfach das absolute Lieblingscar von allen. Dicht gefolgt von einem DB4 GT Zagato. Also ganz vorne sind so die Aston Martins. Was war bislang dein persönliches Highlight dieses Jahr? Ja, da gehe ich mal jetzt gerade mal drei, vier Wochen zurück nach Italien. Mille Miglia. Der Zonda HP Barchetta. Ich glaube, was krasseres habe ich dieses Jahr noch nicht gesehen. Ich weiß, bei der Mille Miglia selber waren auch krasse Sachen dabei. Aber da könnte ich mich jetzt auch nicht zwischen diesen ganzen Millionen Ferraris entscheiden. Aber Zonda Barchetta, einer von dreien, der da durch das Dorf durchgefahren ist. War geil. War sehr geil. Was ist deine favorite Car-Spotting-Stadt? London hat Potenzial, dass es das wird. Aber bislang war ich ja nur in Monaco. Und von daher ist Monaco meine favorite Stadt. Weil alles so schön zentriert ist auf eine kleine Fläche. Du sitzt an dem Kreisverkehr. Dir wird nie langweilig. Weil at least kannst du immer irgendein 488 vorbeifahren, Film. Und zwei, dreimal am Tag sich so auch ein Hypercar. Ich meine, geiler geht es nicht. Und dabei ist es schön warm. Favorite Pagani. Zonda schon mal auf jeden Fall. Und dann würde ich glaube ich sagen, mein Lieblingszonda ist der 67 LH. Also der von Lewis Hamilton, dieser Liliane. Dicht gefolgt von dem Unicar und von dem Venti. Bestes Auto, in dem du mitgefahren bist. Ich bin wirklich in sehr wenigen Autos nur mitgefahren. Wenn, dann habe ich sie selber gefahren. Weil mich das wenig reizt, irgendwo mitzufahren. Wenn, dann will ich selber hinter das Steuer. Deswegen ist das krasseste Auto, wo ich je mitgefahren bin, ein DBS Superleggera. Und das auch nur 2-3 Minuten. Wie lang? Aubergine. Wie lang? Und das Emoji Aubergine. Schreibt Epic. Das weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht. Aber jetzt können wir mal nachgucken. Nehme ich den Zollstock dabei. Ich glaube, da war gerade eine Bildstörung. Irgendwie war das gerade unterbrochen. Naja, machen wir weiter. Epic hat ganz viel gefragt. Wann gehst du wieder zum Friseur? Sehe ich schon wieder so schlimm aus? Ich glaube, vor Monaco nicht mehr, oder? Eigentlich wäre es sinnvoll, vor Monaco nochmal zu gehen. Weil sonst schwitze ich mir einen Wolf unter den dicken Haaren. Ja, guter Hinweis. Danke. Was ist dein Lieblingsessen? Das, was ich gerade vor 10 Minuten eigentlich gegessen habe. Currywurstpommes. Guckst du vorm Spülen in die Kloschüssel? Ja, wo soll ich einen Sens hingucken? Natürlich. Knüllen oder Falten? Definitiv Falten und unbedingt vierlagig. Ganz wichtig. Welche Dashcam hast du? Das Modell weiß ich jetzt nicht. Das ist eine von Orkey. Die hat, glaube ich, 60 Euro gekostet um den Dreh. Ich würde mir aber, glaube ich, als Carsporter eher eine teurere zulegen. Weil da kommt es halt wirklich auch darauf an, dass du auf der Autobahn, auf der Gegenspur noch ein Nummernschild erkennst. Und dafür brauchst du einfach eine super Auflösung. Deswegen lieber zu einer teuren Dashcam greifen, wenn man das vorhat. So, Marcel Kars fragt. Wirst du mal in eine andere Stadt carsporten außer München? Ja, Berlin und Baden-Baden hatte ich ja schon als Short-Trips. Böbling, wenn man so will, auch die Motor-World. Und als nächstes ist halt Zürich dran. Da definitiv. Und dann wäre L.A. mal ein Traum. Aber das wäre dann natürlich schon mal eine teurere und weitere Reise. Mal nach Sylt, fragt Conor1901. Fliege. Ich meine, er sagt niemals nie. Aber ich würde jetzt im Moment sagen, Sylt ist doch ein bisschen weit weg von München. Nee, in naher Zukunft. Ich glaube nicht. Karsporta schon. Was ist das Teuerste, das du je gespottet hast? Okay, sonst fragen immer alle nach, was ist das Besonderste, was du je gespottet hast, das Teuerste? Vielleicht war es der DBR2. Er ist Martin DBR2. Der dürfte wahrscheinlich um die 20 Millionen bringen. Wobei, hat der große Rennen gewonnen wie der DBR1? Bin mir nicht sicher. Der DBR1 kostet 20 Millionen. AutoAvio 812 vielleicht auch. Dieses allererste Auto von Enzo Ferrari, was er noch gebaut hat, bevor es Ferrari hieß. Das ist ein One of One. Das ist unersetzbar. Und da kriegt man halt den Preis, was ein Kunde bereit ist zu zahlen. Das kann alles sein. Genauso auch. Das sind echt viele Fliegen hier. Da sind viele alte Ferraris bei der Mille Mille mitgefahren, die im hohen Millionenbereich liegen. Oder auch hier. Autobahnkurier habe ich mal in München gesehen. Da gibt es ja, glaube ich, drei Stück von, oder? Ich meine, die sind ja auch unbezahlbar. Neu-Preis war übrigens 22.000 D-Mark. Preis mag nicht D-Mark. So, Buzi Chris fragt. Wann hast du endlich mehr Abos als Nico? Gibt zwei Möglichkeiten. Entweder gebt ihr scheißen Gas und sorgt dafür, dass ich ganz viele Likes und Abonnenten bekomme. Oder wir klauen dem Nico welche. Das heißt, jeder, der Nico folgt, einfach mal... Nein, okay, das machen wir nicht. Außerdem fragt er noch, wie wird Monaco? Monaco wird ziemlich anstrengend. Das wird kein Urlaub. Aber das wird sehr geil. Bin mir sehr sicher. Und wann kommt die neue Strip-Show? Warum werde ich das von so vielen Leuten gefragt? Warum wollt ihr mich alle nackt sehen? Ich glaube, ich muss mein Business wechseln. Ich werde jetzt vom Cast-Botter, werde ich jetzt eher so in die Porno-Branche wechseln. Die nächste Strip-Show kommt im 100-Abo. Nein, im 1000-Abo-Special. 100 habe ich schon. Im 1000-Abo-Special kommt die nächste Strip-Show, versprochen. Kommt wieder ein Monaco-Bingo? Ja, ja, auf jeden Fall. Falls ihr noch nicht wisst, was das ist, egal, guckt euch den ersten Monaco-Vlog an. Da werde ich das einmal auflösen, was wir da im Monaco-Bingo spielen. Der Rico fragt, welche Roadtrips sind dieses Jahr geplant? SoC und Passione in Gardina sind schon mal fix. Und ansonsten gibt es noch so ein paar andere Events, die eventuell noch anstehen, wo ich es noch nicht so genau weiß. Ein paar Rallys in den Alpen. Nächstes Wochenende bin ich auch bei einem kleinen Event. Schauen wir mal, was sich dann so kurzfristig noch ergibt. Kommst du mal wieder nach Berlin? Ja, mit Sicherheit. Aber Zürich ist jetzt erstmal an Stelle 1. Wie oft bist du Car-Spotten in der Woche? Unterschiedlich. Es gibt Wochen, in denen ich gar nicht Car-Spotten. Zum Beispiel, wenn das Wetter scheiße ist. Aber wenn das Wetter gut ist, dann bin ich schon 3, 4, 5 Mal die Woche spotten. Es gibt auch Wochen, da bin ich 7 Mal die Woche spotten. Aber dann unter der Woche halt immer abends. Supercar Fan Model Car Collector. Welches Auto waren die besten, die du je gehört hast? Nicht gesehen hast, sondern gehört hast. Was dann auch relativ frisch ist, ist jetzt von einem DIR Group Event, der Lamborghini SCV12 Essenza. Der klingt absolut geil. Ich meine, ich habe vorher auch noch kein XX Modell von Ferrari gehört. Kein 599 XX, kein FXXK oder so. Die müssen auch brutal klingen. Aber der SCV12 ganz oben und Apollo IE, Intense Emotionen. Und da habe ich auch letztens mal in einem Vlog, in einem, was war denn das für ein Vlog? In irgendeinem Vlog? Ach ja, genau. Ich habe in einem 500-Abo-Special, habe ich nochmal ein paar Fragen beantwortet. Da habe ich gesagt, dass es der Apollo IE, Intense Emotionen ist. Der klingt auch saugeil. Fabi Car Spots fragt, du hast 300K zur Verfügung. Welches Auto würdest du dir davon kaufen? Okay. Als normaldenkender Mensch würde ich mir mehrere Autos von 300K kaufen. Aber beantworten wir mal die Frage. Und ich würde nur eins kaufen für 300.000. Das musste ich natürlich vorher ein bisschen recherchieren. Da habe ich mich jetzt vorbereitet und mehrere Möglichkeiten mir rausgesucht. Also ein 575 Super America wäre eine Idee. Scuderia 16M. Ein Alpha 8C. Ein SLR. Diablo 6.0 VT. Ich habe auch Diablo SVs gesehen für den Preis. Aber ich glaube, die sind dann eher ein bisschen schäbig vom Zustand. Pista gäbe es für 300K. DB7 Zagato bzw. DBAR1. Oder vielleicht noch ein 993 Carrera RS Club Sport. Wenn ich mich jetzt für den entscheiden müsste. In erster Stelle würde ich wahrscheinlich Diablo nehmen, weil ich liebe den Diablo. Aber ich glaube, ein Pista wäre einfach noch ein bisschen alltagstauglicher. Den könnte man für mehr Occasions nutzen. Ich nehme den Pista. Pikachu Lo Fabo. Kannst du mich grüßen? Nein. Kann ich nicht. Ich weiß nicht, wie sowas geht. Paulus Spekulatius. Das ist ein schöner Name auf jeden Fall. fragt, deine Lieblingsgarage mit fünf Autos. Da habe ich mich natürlich auch erst vorher vorbereitet. Da steht ein DB4 Zagato drin. Da steht ein Diablo GT drin. Ein Pista Spider. Sonda Uno. Und als Daily ein CLS 63S Shooting Brake. Podi fragt, 296 GTB? Fragezeichen. Also es ist, glaube ich, die Kurzform wie für, wie findest du den 296 GTB? Ich feiere ihn nicht extrem ab, aber finde ich jetzt auch nicht hässlich. Und der Sound hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen positiv überrascht. Also für einen Sechszylinder klingt der echt ganz gut. War jetzt natürlich Indoor. Auf der Straße klingt er wahrscheinlich nicht so voluminös. Aber bin gespannt, den mal auf der Straße zu hören. Und wird auf jeden Fall Ferrari, den ich auch fotografieren werde. Random Top Spot in München. Ui. Was ist random? Wenn ich in der Maximilianstraße stehe und die Autos fahren da rein und raus, dann ist es ja schon fast nicht mehr random, weil ich ja erwarte, dass die da kommen. Also komplett random, unerwartet, ohne spotten zu sein, habe ich mal auf dem mittleren Ring einen Bugatti Chiron gesehen aus Frankfurt. Und auch gar nicht mal so viel später war nochmal ein 550 Spider. Ungefähr an der gleichen Stelle. Aber die waren halt wirklich komplett random. So, zwei Fragen habe ich noch. Simon fragt, wer ist dein Lieblings-Carspotter-Freund? Wenn ich jetzt einen Namen sage, dann sind sehr viele Leute beleidigt, glaube ich. Aber ich weiß, wem ich es richtig gönne. Und zwar nenne ich jetzt Nico zu meinem besten Carspotter-Freund. Weil Nico ist einfach ein super Typ. Nico, den kannst du überall mit hinnehmen. Der ist nicht unverschämt. Der ist nicht fordernd. Mit dem hast du einfach keine Probleme. Nico ist einfach ein super netter Typ. Deswegen ist das jetzt mein bester Carspotter-Freund. Apropos abonniert Nickation. Was ist das seltenste Auto, das du je gesehen hast? Ja, das ist natürlich so eine Frage. Seltene Autos. Ich habe schon einige Autos gesehen, die es nur einmal gibt. Also welches davon das selten ist. Zum Beispiel Lamborghini Martial in dem Lamborghini Museum. Oder Aston Martin DBR 2. Von denen gibt es zwei Stück. Dann habe ich mal den großen Werkmeister. Den wird niemand kennen. Aber habe ich mal auf dem Event gesehen, gibt es auch nur einmal. Oder zum Beispiel, das ist noch halbwegs ein random Spot gewesen. Ferrari 250 SWB Berlinetta Speciale. Auch ein One of One. Damit haben wir alle Fragen abgearbeitet. Ich hätte ja gehofft, dass währenddessen noch ein paar mehr Spots vorbeifahren. Ne, war heute nicht der Fall. Aber heute war auch Anfang des Tages noch relativ bewölkt und leicht regnerisch. Deswegen haben wir nicht so viel gesehen. Ich glaube, wir sehen uns vor dem nächsten Monaco-Vlog nochmal. Nächstes Wochenende werde ich nochmal vloggen. Aber dann stehen die Monaco-Vlogs an. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Spendet also noch ordentlich. Denkt an den Ludwig. Wir wollen ihm mal eine Freude machen. Helft mir da auf jeden Fall. Und sei doch leise. Ich moderiere gerade hier. Na, schön, das ist alles Motorrad. Also, wie gesagt, haut's rein. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.